Meine Eltern gingen davon aus, sie müssten mich vor jedem Fehler bewahren. Ich wollte weglaufen von zu Hause, aber ich wurde gefahren. Was soll ich machen? Das Geld von ihnen hat mein Studium finanziert. Ich wollte mir den Erfolg immer selbst verdienen, aber ich wurde privilegiert. Und ich weiß, dass für meine Privilegien, woanders irgendwer im Hungertuch nagt, das ist auch was, wo ich dagegen bin, aber ich werd ja nicht gefragt. Ich bin nett zu allen Leuten, es fehle mir im Traum nicht ein, andere auszubeuten, das geschieht von ganz allein. Ich lass es nur geschehen.